Yo Leute, Willkommen zu einer weiteren Folge von Among Us mit der Crew, es ist endlich wieder soweit, wir haben uns alle im Discord versammelt und jetzt sind wir hier und ich werde Impostor, ich bin Crewmate, egal, wir gehen jetzt hier, all in, Junge, Crewmate Action werdet ihr sehen, die üblichen Verdächtigen sind hier wieder dabei, ja, und viel Spaß, so, dann lass mal hier kicken, ja, und natürlich, die Aufnahme läuft, der Sound passt und so, aber, ja, safe, wird schon, ja, die letzte Ausgabe, kann man ja sagen, von Among Us von der Crew ist ja schon ein bisschen her, und, ja, als Karma dafür werde ich wahrscheinlich jetzt direkt drauf gehen, und zwar in 3, 2, 1, 0, wieso fixt niemand Licht, das kann doch nicht sein, achso, übrigens, falls ich, äh, okay, hört sich gleich, Yo, wer, wer hat ihn umgebracht, Yo, der kommt sowas von ran, also, Das ist Silver, das ist Silver, Ah ja, okay, äh, dann das Zeig Wolken, Digga, ich bin so einfach geil, wie nie man das Licht machen will, Also ich chill da in Admin, mach den Upload, und dann bin ich fertig, swipe die Karte, Silver steht neben mir, und Valeria ist tot, der gerade eben noch neben mir gestanden hat, Wenn, es tut mir leid, ich hab vergessen, dass wir zusammen rumlaufen wollen, Valeria hat nicht neben uns gestorben, Ist Patrick auch gestorben? Ne, Patrick ist gebiet, Patrick ist gebiet, Patrick ist gebiet, Ohhhh War's annexed? Ich bin neben dir. Oh, okay, vielleicht war's doch annexed. Gibt's ein oder zwei Imposters? Wo liegen die Gleiche denn? Der Nachbar? Ähm, äh, Starwood. Oh, okay, ja, dann hat's annexed. Gibt's ein oder zwei Imposters? Äh, einer, glaub ich nicht. Ja, aber ich bin IG-Dance schon seit 10 Jahren in Admin. Okay. also ich habe etwas grünes gesehen aber noch jemand ich war nach rechts gegangen aber ich war also ich war das grün ist gut ich dachte es wirst du weil es dunkler war aber noch mal gewesen sein jetzt wieso bist du so still ich hör den argumenten zu so ich war die ich war ganz am anfang einmal in atmen habt habe gemacht und dann war ich da nie wieder also aber dominik doch so gesagt würde es wenn du rumlaufen hast aber nicht getan wieso ich habe auch einfach vergessen mein bed ich bin einfach am anfang weg gerannt ja komisch diese stelle ist unangenehm das gibt mir ein bisschen dumm wir haben zwei imposter wenn ich mich nicht verguckt aber auf jeden Fall wir haben einen oder nicht valeri wir haben zwei flüstern wir haben zwei Patrick sollte ja nicht rausfliegen das ist ja richtig es ist tyler ich glaube es ist tyler everybody wow was ist das es gibt mein Spawn ja ok gg jungs war mir eine Ehre also ich habe Skipper 3 weil ja Digger die machen jetzt ein Double Kill und wir sind raus so ich werde nochmal schnell was fixen versuch das Game zu machen ich glaube es ist sehr laut so jetzt klappt das Game auf der Lautstärke dass ich will zum passen oder wir haben jetzt ein drittel Chance dass wir irgendwen rausvoten aber Silver Alex und ich waren ja zu dritt in äh Junge ich bin ehrlich ich bin zwei Sekunden vorher nach mir das reingekommen keine Ahnung jaaa ey irgendwas müssen wir tun das stimmt nicht ja aber um den Kill Button zu drücken braucht es nicht mehr als ne Sekunde ist er elf? natürlich ich kam später rein als so weil das Licht aus war stand und äh auf dir halt aber du bist ja da draußen gelaufen aber wo lang bist du denn gelaufen? in dir ich bin irgendwo ich bin ich auch da draußen gelaufen hä? zum Zeit des Reports stand er mit mir an dem Card Swipe Ding ne das höre ich die drei standen da ja also ich habe nur Silver gesehen ich habe Alex da nicht gesehen aber Alex stand da ok dann ist das Heiler Dominic äh also einer von den drei und einer von den drei äh Dominic ist mein Lover das heißt ich wohne Heiler ey ne 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 also komm wieso sollte ich Selfie Part wenn bin muss ich auch Teil davon aber Jungs äh verpastet ihr im Post verwertet wird der Teiler nicht als erstes weil er nimmt auf ja also halt mal auf mit dem Ausdruck gegen hier er kommt nicht von alleine äh aber sonst gibt es halt kein Content sonst macht er Ghost AP Dominik sag ich man steht oder ich habe halt auch gar keine Anhaltspunkte wer es sein könnte ja tatsächlich aber keine Ahnung ich würde einfach sagen Alex keine Ahnung ja anlackt ihr nicht mal alle auf mich gehen I don't know Ding so, bing chillin ich und jetzt über uns Jungs viel Spaß mit der Runde ja weil ich verloren weil ich verlieren will ach so ja komplett geschmissen ja ja die 12er gewinnen ja wer war denn das eigentlich besser nicht jetzt ist es nicht mehr wer wird nicht gekillt wer wird nicht gekillt Ding so, bing chillin Hallo, bitte Emergency Taskern wird eh nix mehr kann ich eigentlich gleich lassen Manfred hat mich gecampt und Dominik steht an dem Button er hat Dominik wahrscheinlich nicht gedacht was äh Nils also was Nils mich holt aber Nils ist absolut Rentner ach Nils was ich nicht mach wenn ich noch 10 Sekunden cooldown hab ach Nils Junge wer eh hat wortet es immer war ja schwul ist ist doch geil Dominik steht am Button sieht mich oh shit jungen fängt erst an sich zu bewegen nach 10 Minuten der Silber nicht wortet es schwul so das das ist doch eh ne Funrunde Patty hat eh nicht mehr gemacht ne war alles nur RP ja ja genau komm irgendwo gewinnen ja KT 4 gewollt gewollt nils jese scheiße alles ich hab's sogar geschafft ich hab' diese Zeit noch nie so schnell eingeschimpft okay also das Dominik war war ich hab' mal vorhin freigeschaltet aber Hauptsache wir treffen genau den der es nicht war ja hoffen Hauptsache ihr haut mich für's Video raus oder was hauptsache ihr haut mich für's Video raus ja 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 wir nennen das Video wie mich meine Freunde hinter Gang haben ja ich hab' den GTA RP na ja lass doch mal zu sagen GTA aufnehmen komm ja ja genau müssen wir mal machen ich bin doch nicht wieder angezeigt sehr geil ach nein Valerian das neue Smartphone gemacht dieses scheiß Auto was er am Backclubs wurde ja er heißt du nix ja 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 wenn er nicht da ist mach ich irgendwo nix Valerian rufst immer auf Wattweilmann ja ja das kann sein ja ich find's aber ich find's aber ich find's aber dass Valerian die ganze Zeit als erstes stirbt weil das ist meine Aufgabe ey wieso war was denn ich sag nur dass sie dich nicht als erstes töten soll so ich dachte du willst du mich als erstes töten dann pass auf ne es kommt noch ich werde eh rausgeboten bevor ich töten kann ja ich spiele nicht so clean auf Epic Games also wenn ich mit Emulator spiele ist es läuft ein Gefühl deiner zuerst ja warum Bruder mit Emulator ja wir sehen uns wenn die nächste Runde weiter los geht los ja und da geht es auch schon weiter meine Damen und Herren ja hoffentlich läuft die Runde jetzt mal besser also Digga wann er sollst du es dein Ernst Passen Perfekt Ja viel müssen wir müssen mitten in meiner Aufnahme ach weil der ist ja irgendwie hoch mit dem Aufsehen aufnahme komplett zerstört jetzt oh mein Gott es ist perfekt boah wegen der CK teilen das ist aber wirklich egal ob sie sich früher gekommen dann hättest du auch mit Gölko und sie wurden ich wollte dich rein und es doch naja wahrscheinlich das nehm ich persönlich mein Nachbar jetzt Double Cic schnell Oh, scheiße, zu viele Leute. Oh, ich hätte noch nicht gewohnt, Junge. Goofy, Alter. Äh, hier hab ich Task. Willkommen, jetzt war ich noch spannend. Ja, was ich heute eigentlich sagen wollte, äh, vielleicht fährt euch ein bisschen auf, dass ich mal wieder verschnupft bin oder so. Das Ganze liegt daran, dass ich jetzt nach fast drei Jahren auch endlich mal Corona bekommen hab. Tatsächlich, ähm, ja. Genau, das war's auch eigentlich schon. Ne, also, äh, ich hab tatsächlich einen wilden Verlauf, also alles easy soweit. Nö, kann mich nicht beschweren, hab eigentlich nur ein bisschen schnupfen, Kopfschmerzen und bemüde. Also, ja, hätt mich halt erst dafür können, würd ich sagen. Da sollte ich eigentlich mal zum O2 gehen. Alex, Alex hat gerade vor mir einen abgestochen, weil er nicht wollte. Yo, drei Kills. Plötzlich ist, äh, was? Ich hab ja noch Elben, wenn jemand gesehen, wie ich hochgelaufen bin, weil man sich, wie Ben an der Kreuzung steht und schnell Silber abgestochen hat, oder was? Ja. Ah, ne, manche. Geht weiter. Ach, Silberdruck. Interessant. Nein, also, äh, Alex hat gerade jemand abgestochen, wahrscheinlich, also direkt vor mir. Das hat man einfach. Also, ich war gerade, äh, Dingens, O2 und hab, äh, versucht, das, ne, ich war gar nicht aufgewarte, ich war, also, es ist Alex. Ja, ich war atmen, hab versucht, das teilzumachen, hab da gesehen, Dominik macht das. Also, bin ich dann storage gegangen, weil, ja. Also, das ist Ben, by the way, ne? Also, da, ja, ja, es ist Alex, was ich sagen. Deswegen klang auch dieses Alex so panisch, weil er gemerkt hat auch, ah, ja, ah, ja, ich klang voll panisch, dingin. Ja, ja, ja. Eine der Leichen liegt in der Elektrikel, äh, nicht in der Elektrikel, Matt und Ben kam mir aus Matt entgegen. Es sind zwei Leichen, ähm, am Mautou, by the way. Eine Leiche liegt in Matt? Oh, wann? Ja, also muss. Außer, jemand hat es jetzt geschafft, einfach drei Leute innerhalb von zwei Sekunden zu können. Und du darfst nicht vergessen, es sind zwei Impostor. Die einzige Zeit, wo zwei Leute innerhalb von... Der eine ist Ben. ...von... Der eine ist Alex. ...Mett war... Ach, Junge, wie soll ich denn drohen jetzt? ...due zwei Leute alleine waren außerhalb... Ey, 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 Jungs, lasst einen 55-50 machen. Zweiten Hälfte von O2. Lass einen 55-50 machen. Nein, das ist so dummes. Das wird ein Free-Kill für Ben, weil er eine Imposta ist, weil er vor mir gekillt hat. Wen hat denn, wen hat denn Ben gehört das? Ich glaube, das war Manfred, weiß ich nicht mehr. Aber ich habe Nils bei mir unten in Storage gesehen. Deswegen ist er auch tot. Äh, Bruder, ich habe mich zuletzt mit mir bei Storage gesehen. Ich habe keine Ahnung mehr, weil mir oben lang gelaufen ist. Tyler ist Storage. Aber das, also, ich kann auch sagen, der andere ist wahrscheinlich Patrick, Weil ich von Storage zu O2 gerannt bin, also zu Admin und dann über Cafeteria hochgerannt bin. Ich gehe hier rauf. Ich habe gesehen vorhin, als ich hier im Met war, bin ich mit Dummeln in Cafeteria gelaufen und dann nach Admin. Also es ist by the way richtig, war labiler, ja. Aber ich glaube der andere ist Patrick by the way. Das ist... 50-50, voted Alex. Naja, wir werden es ja sehen. Okay, es war scheinbar richtig, weil wir waren noch gerade nur noch zu fünft, oder? Weil dann wäre es ja jetzt vorbei. Oder bin ich los und wir sind zu 6 gewesen. Patrick hat auf jeden Fall auch gar keine Legs. By the way... Ja. Warum ist der emergency Q dann eigentlich auf 2 Sekunden? Warum leckt Patrick übel rum? Ja ne, hab ich auch gesehen. Ja. Sein outfit bleibt stehen, aber bei mir läuft er rum. Dann weiß ich nicht. Ja. Aber wer ist denn der andere? Ja. Ja, ich komm. Ich ergeb' mich. Wenn du jetzt so dumm bist, Patrick dann möchte ich einfach. Lustig ist, wenn du jetzt sagst, ich bin bin, bist du lost und ich würde mich meinem Kollegen rauswoten. Hä? Bruder, du hast ja gerade mit Ben diskutiert, wer das war. Ja, und Ben war es halt. Dann... Dann muss es gewesen sein, sonst wäre die Runde schon zu Ende. Ja. Ja. Achso. Ja, natürlich. Guck. 2-2. 2 Impostor. Die Runde wäre zu Ende. Ja. Ich bin safe. Warum bist du denn safe? Du kannst doch immer... Weil... Wäre er... Wäre er ein Crewmate, hätten die jetzt gewonnen. Vielleicht hast du den Verkauf. Jungs, das macht doch gar keinen Sinn. Keiner hätte gewusst, dass die beiden... Keiner hätte gewusst, dass die beiden... Ja, genau. Dann wäre ich genau... Und ich müsste mir sagen, wie soll ich Impostor sein, Digga, wenn ich die ganze Zeit mit Dominic in Mad Bay umgelaufen wäre. Ja, du bist toll. Und Dominic ist doch in Dingens gestorben, äh, in Admin oder nicht. Nein. Nein. Eigentliche liegt safe in Mad Bay. Vielleicht war Dominic. Aber eigentlich safe in Mad Bay. Warte, ich weiß es. Wenn ich mit Dominic in Admin... Patrick hat Dominic Mad Bay gekillt. Das ist für mich jetzt so an Lukas. Dominic liegt in Admin. Bruder, Dominic liegt in Admin. Wie soll ich mit den Mad Bay? Digga, wie soll der denn Admin? Der liegt nicht Admin. Der liegt safe nicht Admin. Glauben echt. Glauben echt. Boah, ich habe ihn noch gesehen. Du hast von Mad Bay zwei Admin? Genau. Ja, ja. Bruder, ich bin mit ihm die ganze Zeit... Ja, keine Ahnung. Ich habe Silber hier Brickbrain machen, aber ich habe Silber, glaube ich, die ganze Zeit gesehen. Aber... Ich habe auch Tyler nicht gesehen. Ich habe auch Tyler nicht gesehen. Ich habe einen... Ich habe zwei Electrical, zwei Mad Bay gesehen. Wer hat ein Admin-Auto gemacht? Ich, Dominic, ich und Nils waren in Admin. Dann bin ich weggegangen, weil... Achso, ich glaube, ein bisschen oben und unten ist vielleicht ein bisschen Bild abgeschnitten, weil mein PC-Bild schon ein bisschen andere Maße hat als... Ja. Tyler, was denkste? Ja. Okay, Patrick, weil wir es können. Habe ich auch gemacht. Das Ding ist, Patrick, wie willst du denn sagen? Hä? Ich weiß doch, dass er in Admin ist, weil ich habe ihn noch getötet. Ich kann nicht sagen, wie es das mit Blut geworden ist. Jedenfalls werde ich das jetzt wahrscheinlich schnell anpassen. Das ist ein bisschen hochkantigeres Bildformat wahrscheinlich. Aber... Ich glaube, dann sieht ihr gegen das ganze Bild das vielleicht besser. Mal schauen. Ich will... Ich will... Ganz kurz. Ich will zu diesem O2-Ding gehen, auf einmal die Leiche... Dann mach ich das jetzt schnell. Aber ich habe mich nicht zit-reportet, weil ich dachte... Ich habe das jetzt geändert mal. Mal gucken, ob das jetzt was ist oder nicht. Werden wir jetzt sehen... Oh, es bringt auf jeden Fall schon mal Glück. Äh... So viel steht ich schon mal da fest. Ja, dann zeigen wir mal, was wir hier noch können, wie eine alte Rostlaube war. Ich meinte mich natürlich damit und nicht ihn. So, erstmal Task faken. Easy first try. Ja... Und so begann es. Oh. Moin. Moin. Soll ich eigentlich... Achso, ja, lass Navigation gehen, oder? Ich weiß nicht, dass mir der Fehler wie im letzten Mal passiert, dass ich Ben hier kille... Und dann... Ketische Hase. Oh scheiße, das falsche Task. Pfff. Ja, easy. Kein Ding. Lass es jetzt mal unten rum gehen. Oh. Wo ist die Leiche? Die Leiche befindet sich am Eingang von Communications. Okay, Silver ist es. Silver ist es. Silver ist es. Ich hab's ganz genau gesehen. Also, hier... Silver... Silver war vor vier Sekunden noch im Reaktor und hat gefixt. Silver, Nils... Äh... Silver, Nils, Marc... Verscheinlich. Silver, Nils, Alex und ich waren bei Reaktor. Beziehungsweise... Seinmal war Alex beim Reaktor. Na, der... Ja, okay. Da war noch irgend... irgendjemand... Ne, Dominic war es. Dominic. Ja. Das heißt, dass man Valeri... Valeri ist nicht als Erster gestorben, wenn du uns saß. Ja, ne, Valeri... Ja, so, ne. Valeri, Ben... Valeri, Ben... Ja, Valeri, Ben und Tyler. Valeri, Ben und Tyler. Einer von... Also, ne, ja. Einer von den drei ist... Das ist auf jeden Fall. Wo war die? Egal, ich... Warte, wo war die Leiche? Komps. Äh, Eingang, Eingang Komps. Ich fahr dort noch nicht, weil ich war Matchway. Oh, ne, Komps nochmal. Äh, neben Storage. Äh... Was war ne Map? Ah, ja. Äh... Warte. Irgendwie bin ich doch... Bin ich nicht? Patrick oder so? Gerade, äh... Äh, ich hab... Ich hab dich oben in Wirtnis gesehen. Valeri, dir bin ich doch hinter... Oder? Ne, Ben, ich hab dich oben in Wirtnis gesehen. Ich war in O2. Ben, ich hab dich gesehen. Ah, okay. Dann war es Tyler. Und dann bin ich zur Navigation gegangen. Und danach bin ich runtergegangen zur Leiche. Jungs, ihr müsst mir... Ah, okay. Aber ne, warte. Während ich... Während der Report war, war ich im Sichtfeld von irgendwem. Und, Jungs, kannst du uns das sagen? Ich glaube, es war Valeri. Ich denke mal, die Leiche liegt da schon ein bisschen. Ich hab gesehen, wie Nils mir von Storage entgegen kam. Vielleicht aus der Richtung. Vielleicht kam auch von Atmen aus der Richtung. Kann das nicht sein? Ne, ich... Ich kam von Atmen. Ich hab da meinen Upload gemacht und K2. Okay. Aha. Wo hast du gedownloaded? Ja, ja, ja. Entweder ist es Self-Report... Äh, Downloads hab ich oben im Cafeteria. Direkt am Spawn. Oh, Sass. Ah... Naja, wahrscheinlich Sass. Ah, ich will trotzdem sagen Self-Report. Haha, cool, Digga. Ja, wenn du noch lebst, dann bist du es Nils. Ganz klare Sache. Klaviklosböe. Äh... Ja, ja, ja. Irgendwie so cool das Daniel ist. Äh... Achso. Ach, Junge, wo lauf ich hin? Ich hab electrical Tasks. Ach... Welche denn überhaupt? Die hier? Warte. Die hier? Und die... Die hier? Was ist denn das Kabel hier, ne? Kann man auch mal ein bisschen länger stehen? Reicht. Hier, nur einmal umsearchen. Reicht. Sooo... Oh... Hello... Huhuhuhu... Obwohl, ich wende auch weg. Scheiße. Hier, kannst du die Scheiße aktivieren. Und jetzt Reaktor gehen. Ja, ja, er wird so getriggert sein, ne? Okay, jetzt gerade. Was ist, wenn die sich trennen? Und dann können wir Double Kill machen und dann haben wir... Äh... Ich bin da gerade umgewendet. Äh... Von Dingens. Ja, hab ich gesehen. Und äh... Ja, ich bin nämlich Ingenieur. Ich bin für Security nach Elektrik. Elektrik. Gewendet. Hab dann gesehen, wie Nils da lag und auf ihn dann... Für Dingens. Musste immer sein. Ich hab beide die ganze Runde lang gesehen. Ja, also... Ich bin Shields. Jaaa... Ausrede. Wer... Wer kam denn... Wer kam denn von unten? Von Under... Under-Engineers? Ich kam halt von oben. Ja. Valeri... Valeri war schon... Valeri war schon da. Es kann aber auch sein, dass Valeri einfach gewendet ist. Ich war in, äh... Camps. Ich bin von oben gekommen. Was? Also war's aber... Da ist schon direkt da. Egal. Beim... Beim Reactor? Ja, er war schon direkt oben. Da bin ich auch von oben gekommen. Ich war da schon relativ lange. Ich bin von Madbale gekommen. Ja, aber die Cam... Atmen war nicht an. War ordentlich in keinem Sonne. Silber. Silber, hör mal was. Wo warst du Silber? Ich hab Dominic und Ben Mensa gekreuzt. Dann war ich Atmen, hab das Wildcard und Wires gemacht. Bin jetzt Shields und wollte nach Navigations die anderen Wires machen. Exel, er lügt. Ja... Ich würd sagen... Das ist Daniel, aber... Digger. Nein. Aber guck mal, Tyler, wo warst du denn? Also... Ich war... Tyler, du bist im Vorzeit. Ich weiß, aber... Wie machen wir das? Ah... Als Reactor, ey... Als Reactor an war... Bin nicht von Madbale gekommen, da hab ich die Taster mit dem Aufführen gestartet und dann bin ich von oben gekommen. Ah, ruhig. Okay. Ja, ja, danke. Also... Ja, aber Jungs... Ich vertraue Dominicu wie eh, wir sind zusammen rumgelaufen. Also irgendwie das... Kann auch sein... Kann auch sein... Kann auch sein... Kann auch sein ist Ben und Dominic zusammen. Kann auch sein. Aber Ben zwei mal hintereinander... Dann weiß ich nicht. Welber ist es. Silber. Ben hat so, ne? Ja, aber... Aber wenn ich das... Ich... Ich hab... Ich hab ... Kiffen, kiffen würde ich ja. Ooh. Ey. Die zwei Silberwohns sind persönlich. Ja, Dominicu Patrick. Frech. Silberlich ist dann... Keine Ahnung. Ich hab Kyler, ich hab Kyler gebaut, das weil ich denke, es ist Kyler. Ey. was muss ich verändern damit ich nicht auf fliege ich mache doch alles falsch halte die frössung scheiße eine halbe minute ich dachte gerade da weg die chance oder so ich gehe einfach kurz kämpfen obwohl dann mein cooldown geht doch dann nicht runter doch geht oder gut dass ich die mechaniker auch mal nach zwei jahren morgen das kinder oder so oder drei jahren sogar schon i don't know aber wir brauchen zwei kids ich glaube jeder kill zählt vielleicht sollte ich kehren weil ich weiß nicht wann er einen kill macht ich glaube dann kill ich lieber schon mal das oh mein gott ok das war krass gespielt von jetzt wahrscheinlich ok das war krass das war krass da ist jemand aber das war leh ja 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 da weg geht 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 da weg aber es ist freundet na 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 ich hab zuvor einfach mal gesagt es ist Tyler oder es ist Selfreport es kann auch sein dass Dominik jetzt Selfreport machen Selfreport wieso sollte ich das machen Dominik das Dominik jetzt Selfreporten das wär schon echt ehrenloser Move Selfreport ok Silver dieser Ausrennung ok es ist auch oh hey lass mich erklären lass mich kurz erklären ich war ein Camps da war Tyler dann bin ich zu atmen gegangen ja Silver ist halt ich bin halt ich bin halt Dominik und Ben und einer am unteren Generator das war Tyler der aus Camps raus gegangen ist Silver und Tyler sind das Jungs na wo war die Leiche Dominik äh O2 Ah dann kann's Valeri sein äh äh Na ich war mit Tyler bei O2 bei welchem O2 ich wollte ihn eigentlich gar nicht kennen ne äh da war keine Leiche wann hast du die bitte gesehen ich hab die Sache lost Digga Scheiße was hab ich gemacht die Leiche die bitte gesehen Tyler Tyler hat Ben Formel O2 getötet nein hab ich nicht Mann heizt Maul du hast ihn getötet Digga der ist auf der rechten Seite der O2 ist auf der linken Seite wir sollen ihn töten O2 ist recht zu Affe ja und er ist auf der linken Seite er soll ok ne ja Silver du bist du ja vielleicht gibt's ne shapeshifter außer ich hoffe die Leute hier haben ich hoffe ich hoffe ich hoffe die Leute hier haben mehr als drei Gehirnzeilen um zu checken dass Tyler es ist ich glaube dass es Tyler ist aber Bruder HÄ 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 ich dachte ihr geht auf Silver ich hab Silver gewoautet ach zu scheiße Silver was war das denn Junge Junge ich weiß gar nicht was ich gemacht was ich mir gedacht habe bei dem Kill ich hab irgendwie gar nicht gecheckt ich hab gar nicht gecheckt dass ihr da zu zweit um die Ecke kommt keine Ahnung was der Kill sollte von mir Silver bester Mann alter ich weiß gar nicht was ich weiß gar nicht wie so ich ihn gekillt habe ich weiß gar nicht wie so ich ihn gekillt habe der ein Deutschland an Camps gesehen aber dann als du weggegangen bist du auch das war einfach zwölfter Mann Digga Thrylite ich hab einen Jürgen also ja ich sag bitte nicht dass er da war du hast deinen Messer dazu gegeben du hast deinen Messer dazu gegeben um mich zu verleidigen welche Enden ist denn was du Valerie ich hab mir so gedacht Valerie ich hab mir so gedacht wir teilen uns auf du gehst drüber ich bleib hier und wir machen zwei Kills und dann ist es vorbei aber aber keine Ahnung wieso ich auf einmal reingestochen habe ich hab gar nicht gecheckt dass du da zu zweit um die Ecke komm das war so lost weißt du mein Achweich hab ich auch nicht ich wollte einfach nur meine Kabel kriegst den Elektrik aber wenn er nicht sagt dass er da war Digga SILVER GIGA CHILD Jürgen Silver King Ehre Mann danke aber auch was mit der Crew und SILVER den Hirntoten bitte ich würde genau so das ist die du schnitt genau dieser brain dead monkey digga der verteidiger im Boster SILVER ehre Mann ich werde dich jetzt nicht killen weil ich bin wieder im Boster SILVER ist es soo jalla abfahrt Jünge was soll das für eine Runde ich glaube als Karma werde ich jetzt wieder direkt sterben oder ich will es wieder nicht sofort sagen Jünge hey reporte doch Jünge du bist so ein Arsch wieso drückst du mir Karma auf diese Art rein wieso reicht es nicht dass ich getötet werde du reportest mich nicht mal Junge ich bin ich mach du kommst nie wieder zu mir nach Hause ich schwörs er würde dich ja auch gleich weg machen das hast du gleich davon pass auf zwei Sekunden noch Digga SILVER rette mich Patrick rette mich Junge das kann doch nicht sein Junge das kann doch nicht sein okay Valeria ist die Rettung pass auf jawoll Junge die so ein Post für mich nicht du Arsch ich bin Scientist und hab das gesehen ich hab den am Anfang der Runde gecheckt Digger Wer hat Teile abgestochen Digger Digger wer Teile abgestochen hat bodenlos Junge Junge anstatt mich dieser Typ reportest äh Electrical Electrical und entweder ist es ein Rache Kill äh Cafeteria entweder ist es ein Rache Kill oder der Killer ist echt Brainerfgar es ist ein Rache Kill oh in der Cafeteria oder er gönnt Teile und YouTube man ihn nicht was wo äh Übergang zu halt dem Flur unten also unten halt ja ok ich glaub das ist schon spannend und wer war in Camps das hat Nilssafe mit Absicht gemacht hast du ja gesehen dass ich da bin nur froh am Anfang der Runde zu wirken also rechts nach Weapons und dann unten rum und da sagst du nicht in Camps bist naja ich war in Camps ich war in Camps ich war in Camps Jungs soll ich wer war in Camps noch dazu ich ich frag ihn du warst in Camps Jungs soll ich euch was richtiges sagen ja sag los gerne äh es kann eventuell sein dass ich äh am Anfang mit Dominic nach links gelaufen bin ich in Mad Bay runter gegangen bin erst weiter nach links dann bin ich nach rechts weiter zu Cafeteria gelaufen und äh Dominic kam mir von Talis ich hab niemanden gesehen der irgendwie hoch oder runter gelaufen ist dort also für mich so für mich so ja ok er hat mich wirklich nicht reportet ich hab dann nicht reportet ich stand dann so und hab mich mit Dominic angeguckt und dann bin ich weggelaufen Gracias ich bin enttäuscht jetzt Studio ich bin enttäuschen jetzt ich hab dich nie gesehen mega also Patrick ich hab Patrick auf jeden fach sus er hat mich wirklich nicht reportet also was ich auch nicht es gibt mir oder wenn Ich hab Patrick gewohnt. Ich weiße was an Patrick jetzt. Ich schicke ich auch nicht. Ich sag... Ich sag, wer's kämpft. Patrick sagt ich. Hast du mich gesehen? Ich werd euch gehen. Als allererstes. Kostet ist was das Wolle. Wer hat Patrick gewohnt? Wer waren die zwei weiteren? Mir wurde gesagt, Patrick ist mir Patrick gewohnt. Was ist das Wolle? Ja. Ach man. Oh. Ähm. Ben, zweiter Imposter? Fragezeichen? I guess. But I don't know. I really don't know. Ah. Und das war's damit auch schon wieder. Ähm. Wie ein Ereshaft. Ich hab einfach Patrick gewohntet. Und gehofft, dass genug Idioten auf Patrick voten. Ich wollte nachher nicht reporten gehen, aber... Tatsam, Bruders. Digga, Nils, hättest du mich einfach vorherigen reportet. Ich fand's witzig. Wie er dann noch so stark sich angekündigt hat. Digga, ich töte Tyler aus Rache. Weil er letzte Mal nur mein bestes Volk gefangen hat. Junge, Bruder, die Regel war doch, Hauptsache Tyler als letztes töten, wenn's geht. Ja. Bruder, aber auch, äh... Nils bisschen, äh, ne? Ja, komm, wenn es sich anbietet, mich zu kehlen, dann ist das halt so, ne? Dann geht das durch. Nee, das ist so ganz traurig. Ja, er hat ihn getötet. Und ich hab ihn dann angeguckt. Ja, Nils, vielleicht verzei ich dir doch. Den machen wir auch nur ein normaler TrueMate. Vor allem, wenn ich immer die gleiche Tasche bekomme. Also, ich war schon einmal im Post, das reicht mir für die nächsten Jahre. Ja, mir reicht's auch, danke. Ah. Oh, mit Nils, ui. Was? So, ich dachte, der geht. Mit dem Post hatte ich recht, aber mit Nils nicht. Wär schön gewesen, aber, komm, Alex. Ja, guck mal, das kann doch nicht sein. Wir werden doch hier abgehört. Also, ich sage zusammen mit Alex, ja, äh, wir haben keinen Bock mehr. Also, wir sagen beide, wir haben keinen Bock mehr auf dem Post. Das reicht, einmal, einmal reicht. Wir werden's beide. Vielleicht hilft das einfach. So, ich, ich sage... Oh mein Gott. Äh, Jungs, Nils legt sich grad in eine andere Galaxie. Okay. Ich wollte grad sagen, ich glaube, Lights geht gleich aus. Dabei bin ich im Post, oder? Ich hab 42 MS, was willst du von mir? Ja. So, lass kurz Kamps checken. So, wie Sie sehen, sehen Sie nichts, außer einen verwirrten weißen Mann, der hier rumläuft. Und... Und... Ja, das war's an der Stelle auch schon wieder mit Dominic. Ähm... Dr. Dark Shark, der Kralle, sehen wir auch noch. Der Kralle, schön am Task faken, ich bring ihn um. Wo steht der? Ach, danke. Äh... Admin. Wir gehen oben rum. Ja. Aber dann können wir vielleicht noch mal einen Kill mitnehmen. Und zwar... Ne, Nils nicht schon wieder töten. Hm... Ne. Hat er jetzt nicht verdient. So, dann lass mal hier, äh... Task machen. First try, easy. So... Ne, Mann, ey, wenn du mir nur noch einmal vor die Füße läufst, dann ist du wirklich drauf. Tut mir leid. Okay. Hallo, ist jemand? Passiert eigentlich noch mal was, oder... oder nicht? Lass mal... Lass doch einfach nur mal Camps gucken. Okay, dann war mein... Hä? Ich hab ihn doch... Ich hab ihn doch gerade noch gesehen. Shapeshifter oder Patrick? Das war der Größte, den ich bisher gesehen hab. Ah, Shapeshifter, Patrick steht neben mir und... Ja... Okay. Also, wenn es der Größte nicht gewesen ist, den du je gesehen hast, dann war das wahrscheinlich, äh... Warte, 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 warte. Er steht neben Ben... und Nils. Alex... Ja... Wir waren gerade in Security. Wer ist Camps? Patrick, wie sahst du im Stream an? Ah, ich... Ich bin keinem... Also, ich bin gerade erst reingegangen. Aber das... Hast du gesehen, oder? Äh... Nö, weil... Also, in so ne Millisekunde... War ich drin. Also, ich hab noch gar nichts gesehen. Ja, genau. Patrick, wie sahst du im Stream an? Ich hab eigentlich vor 5 Minuten geschrieben, dein Arsch gehört mir. Dumme... Ich hab noch gar nichts gesehen. Ähm... Also sind's... Tyler... Oder... Alex... Ja, ich war kurz... Edmund drin, bin dann aber rausgerannt, dann bin ich zu Storage entlang und dann zu Coms. Also... Ehrlich gesagt... Ich glaube nicht, dass es Silver ist, weil solche Plays macht er nicht. Ja. Ja, ich würd sagen, das ist Tyler. Übrigens, der hat mich zweimal angetippt. Ich weiß nicht, der würde mich doch nicht killen, aber hat's dann doch nicht gemacht. Und... Keine Ahnung. I don't know. Ne, also wenn ihr wieder ne Runde verlieren wollt, wie damals, wo ihr mich rausgewordet habt, dann könnt ihr mich gerne warten, aber... Würde ich jetzt abraten von. Äh, Dominik? Hast du ein Poster? Nein. Super. Perfekt. Du redest. Äh, ne, weil er ist ja Discars. Ja, weil sonst... Ne, ne, er war mein Mate, er leuchtet... Sein Name ist auch rot wie meine. Ne, ich hab wirklich keine Poster. Ja, genau. Aber dein Name ist doch rot wie meine auch. So. Ja, Papa, bitte schade. Ach, stimmt. Scheiße. Ach, scheiße. Ach, scheiße, ich weiß nicht, ich geb Yous. Nein. Ja, weiß nicht, es gibt. Na, weiß nicht. Bitte. Ey. Dann brauchen wir doch einen Double-Grill unter dem Geburt. Silber, ich hab dich geehrt dafür, dass du mir die letzte Person geschenkt hast. Dafür nehme ich die jetzt. Ja, weil... Geht's magst du ausländisch? Krieger was? Ähm... Ja. Er ist es. Also, ich weiß nicht. Was mach ich denn falsch? Was mach ich falsch an Imposter-Play? Was mach ich falsch? War das jetzt einfach unlucky, dass ich nicht bei denen war irgendwie? Hätte ich... Ich hab vergessen zu sagen, dass ich an der Cam war. Das... Vielleicht hätte das was gerissen. Ja, aber komm, das kann doch nicht sein. Jedes Mal feile ich diese Imposter-Runden. I hate my life. Ich hab. Ich hab. Ich hab. Ich hab. Ich hab. Oh komm, Topf. I guess he has legs Steht der Schneemann von Valery, glaub ich Ah, auch nice Okay, was wird passieren? Oh, 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 Ben, Ben, Ben Ich glaube, oh, ja, ah, der hat gesessen Byron Alex, ich wollte dich nur ein bisschen erschrecken Warte, wie lange hattet ihr die Aufgaben schon fertig? Wie lange hattet ihr die Aufgaben schon fertig? Es sind viel zu wenige Aufgaben Ja, sorry, Alex Sorry, Alex, Runde geschmissen Ich hab gerade eben erst all meine Aufgaben gemacht, weil ich an Bio noch geschrieben habe Ich schaff die Aufgaben in einer Runde, also, ja Wir sind nur noch zu sechs, Frau Ich check sofort, da würde ich erschrecken Renn ich zu O2 in der Ecke rein, ja Ben Vor allen Dingen, wir haben da eine halbe Stunde gechillt Aber auch, was die Türen perfekt zugeben Nein Das war Teil, da immer Hast du nicht mehr mit? Ah, auch, sorry, klar Gut Hätte ich anbringen sollen, dass ich in den Camps war, wäre ich dann vielleicht nicht rausgeflogen Ja, aber guck mal, der Patrick, der Patrick Kill, ähm Jungs, ich möchte nicht viel Spaß Also, als Patrick unterwegs war, war sehr viel risky Aber ich konnte nicht wissen, was Patrick in den drei Leuten steht So, komm, Leute, diese Runde läuft besser Wow Abflug Kurze oder lange? Endlich, endlich mal wieder raus, da Abflug Abflug Call Boah, ich hab vier Tasten, ne, das wir sehen Ey Hey Ah, Ehrenmann Nie dran gezweifelt an meinen K2 Speed Es ist nun wieder zu wenig Tasten, oder? Äh Wer joggt hier rum? Digga Hallo? Okay, lass mal Electric hier gehen Äh Hä? Ist, ist er da grad gewendet und hier rumgelegt, oder? War das ein anderer? Ja Guten Tag Grasig fertig geworden, Digga Demdags 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 Der war mein Chefschifter wieder Brauch ich so schnell, alter Ich bin, ne doch, ich hab ihn schon reported, ja, aber ich bin, aus Kapitalier Kann ich nicht mal eine Runde bitte bis zum Schluss leben? Oh man. Wo liegen die überhaupt, wo liegen die überhaupt? Also ich war oben, wie war Klinik, oder Mad Bay, oder wie was auch immer das heißt. Und da lag halt Alex und, ja. Hier in der Gamm Südring. Ja. Es ist schön, dass du grad einen Wend gesprungen wirst. Aber es kann ja doch sein, dass wir einen Shapeshifter haben. Wind von Weapons. Ich glaub, ich hab beide gar nicht gesehen in der komplette Runde. Dann bin ich Richtung Mad Bay gelaufen und hab dann Alex gesehen. Wo sind denn gerade alle anderen? Ich weiß ja dann nicht wo. Ich bin rechts. Ich war grad mit Benny Boy im Redaktor eingeschlossen. Ja. Also, Lower Engine heißt das, glaub ich. Ich möchte Silver ausgewertet haben. Warte, sei leise. Tyler war electrical. Wer auch immer Teile gekillt hat, ist entweder Shapeshifter oder Patrick. Oh Patrick. Der spielst du es ja auch selber. Neue Kategorie. Wie er aussieht, gewendet ist. Wie soll ich ihn töten, Digga, wenn ich da oben in Weapons war. Und da geht's. Oben rechts, Digga. Wer weiß, ob das wahr ist. Und Silver? Silver. Du sagst mir, dass es uns was geglaubt hat. Ja Leute, und wie es weiter geht in diesem Meeting, seht ihr in der nächsten Folge, die in drei Tagen kommt. So lange müsst ihr jetzt leider warten und euch dieses Video nochmal anschauen, damit ihr die Scheiße hier nicht vergesst. Und ja, ich hoffe es hat euch gefallen und ich weiß, ich bin sehr gemein. Aber, tschau. Habt einen schönen Tag.